Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bärenstark Video. Mein Name ist Marie und wir stehen hier heute vorm Cinemax am Potsdamer Platz. Und Oskar, in welchem Film gehen wir heute? Wir gucken heute den Film Uncolonie. Es ist ein Come of Age und ich bin gespannt, wie wir und die anderen den Film finden werden. Bis gleich. So, at first I would like to ask you a question. So, is there a message behind the name of the movie? Yeah, the name A Colonie for me, it represents, there's just several meanings. It represents a colony as a group of persons and a majority, like we would say in French, colonies de vacances, like, and it represents also like a colony of bees, we would say that in French, talking about a group of bees in the animal kingdom. And finally, it represents the territorial and historical aspect of it, like the fact that we live on the same territory, but with different nations and we have to learn to live together. So, it's a colony, like, Quebec is a French colony, so it does talk about that. Ich fand den Film fantastisch, der hat mich total berührt. Es war einer der besten, die ich je gesehen habe bisher und das muss ich wirklich sagen und zwar wegen allem, wegen den Schauspielern, aber auch wegen der Regie und wegen dem Drehbuch. Es war eine bewegende Geschichte zwischen einem Native American und einem kanadischen Mädchen, durch so viele Höhepunkte und aber auch durch so viele Twists, also durch so viele Turning Points, dass man am Ende total bewegt war. Ich finde den Film wahnsinnig ruhig und subtil, sehr melancholisch und wahnsinnig differenziert und auf seine ganz eigene Weise, denke ich, mitnehmend. Ich habe, wie ich mich, mit einem Wound, von einem Figurative, aber diese Zeit in meinem Leben war schwierig. Und wenn ich mich, wenn ich Freunde habe, die mir sehr wichtig waren, das hat mich sehr geholfen, hat mich sehr geholfen, hat mich komplett verändert. Und es ist immer noch etwas, was ich in mir und ich möchte darüber sprechen, weil ich jetzt den Recul. Ich habe einen Schritt zurück, also es ist einfacher für mich, um diese Dinge zu sprechen, weil ich kann sehen, wie es letztendlich wichtig war. Und es war nicht nur über diesen Moment, es ist wirklich etwas tragisches, was man erleben kann, aber die Freundschaft, die du kreist, sind wirklich wichtig. Und sie folgen dir. Also ich fand den Film ziemlich gut, also er hat mir gefallen, muss ich sagen. Ich fand, dass er besonders gut das Leben zeigen konnte, der erwachsen werdenden Jugendlichen. Ich meine, das war ja auch ein Coming-of-Age-Film. Zwischendurch fand ich, dass der Film sich ein bisschen in die Länge gezogen hat und ja, konnte er meine Aufmerksamkeit nicht die ganze Zeit halten. Aber gegen Ende war ich dann wieder komplett gefesselt. Und ja, es gab einfach sehr viele schöne, menschliche Momente in dem Film. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wird er euch gefallen? Gut auch. Ja, ich fand den Film auch ziemlich interessant und auch die Story ziemlich gut und könnt ihn auch weiterempfehlen und war, ja, war ziemlich gut. Also ich fand den Film auch sehr gut, der hat mir gefallen. Ich fand auch die Bilder schön, auch die Geschichte. Ähm, ja. Also ich fand den Film auch sehr gut gemacht. Ich fand auch, dass es echt gut geschauspielert war. Ich konnte mich echt gut reinversetzen, da es teilweise auch so ein bisschen war, wie ich bin. Und allgemein fand ich den Film, wie gesagt, echt gut. Und du? Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Besonders, weil die Schauspieler so gut geschauspielert haben, war ich am Ende sogar auch ein bisschen bedrückt, weil sie dann umgezogen ist, dann ihre Eltern sich getrennt haben. Es war irgendwie, also es hat sich alles so real angefühlt, deswegen fand ich es ziemlich gut. Und wie viele Währungen würdet ihr dem Film aus fünf geben? Ich glaube, ich würde vier. Ich würde dem Film auch vier Bärchen geben. Ich würde ihm, ja, ja auch vier. Ich würde ihm auch vier geben. Dann sind wir uns alle einig, wir würden dem Film vier aus fünf Bären geben. So, dann bis nächstes Mal. Bleibt dran, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.